Heute reden wir über den massiven Stellenabbau bei Schweizer Zeitungen und den gleichzeitigen Angriff gegen die SRG. Wir diskutieren, wie der Bundesrat jetzt Beziehungen zu der Europäischen Union neu regeln will. Und wir diskutieren, warum jetzt plötzlich Schweizer Wirtschaftsverbände doch nichts wissen wollen von einer globalen Steuerreform. Mein Name ist Cedric. Ich bin Mattea und das ist Meier-Wermut am 13. November 2023. In den letzten Tagen konnte man von Massenentlassungen lesen, die diverse Medienhäuser getroffen haben, respektive Journalistinnen und Journalisten, die dort arbeiten. Bei TX Group, auch bekannt unter Thamedia, also in fast 20 Minuten Tagesanzeigen, also die grösseren Blätter. Bis zu 100 Stellen oder 90 Stellen, die abgebaut werden. CH-Media ebenfalls über 100 Stellen, die gestrichen werden. Und auf das Abend quasi hat der zuständige Bundesrat, Albert Rösti, ein Gegenvorschlag, aber quasi ein Gegenprojekt zu den SRG-Initiativen. Er hat respektive der SRG-Abbau-Initiativen vorgeschlagen, nämlich dass die Seraphie-Gebühren, die jährlich zahlt werden, von 335 Franken auf 300 Franken reduziert werden. Auch da ist ein massiver Einschnitt, quasi in Service-Bublik, in die Medienvielfalt in unserem Land. Ja, kommt in dem Sinn alles nicht überraschend, aber jetzt doch von der Dimension, glaube ich, an einem kritischen Punkt. Also du hast es gesagt, das ist jetzt wirklich auch das erste Mal, was ich erlebt habe in dieser Dimension, wo sich auch Journalistinnen und Journalisten wehren. Ich glaube, bei der Tagungsanzeigen hat es eine Demo gegeben, von Leuten, die sonst nicht gewerkschaftsnähe sind, das kann man so sagen, von Bundeshausjournalisten und Journalisten, die wirklich sagen, wir kommen an eine Grenze, wenn ich es richtig verstehe, von dem, was noch seriösen Journalismus überhaupt zulässt. Und das ist ja das, was wir, glaube ich, auch gespüren im täglichen Arbeiten. Manchmal erleichtert das quasi Arbeiten, also man kann einfacher über etwas hinweggehen, weil sie zu wenig Zeit haben, zu recherchieren. Aber für die Demokratie ist das ständige Schwinden von Medien, die sich kritisch mit Politik beschäftigen, relativ dramatisch. Und wenn jetzt dann die politischen Rechte zusätzlich zur privaten Medienkrise sehr bewusst versucht, der öffentliche Rundfunk-Service-Bublik anzugreifen, dann macht mir das schon bauchweg. Es ist ja vor allem auch so, in zwei Schritten, oder zumindest mindestens zwei Schritte passiert, oder? Es gibt einfach eine massive Konzentration auf ein paar wenige Medienhäuser. Also die mediale Vielfalt, zumindest auch das Printprodukt anbelangt, hat massiv abgenommen in den letzten Jahren. Man hat gar keine Auswahl mehr. Ich finde, das sieht man damals bei uns im Bundeshaus, wo Anfangssession immer alle Zeitungen aufliegen und eigentlich bei einem Grossteil davon, zumindest der Mantel, identisch ist. Also die Vielfalt hat abgenommen und jetzt in diesen konzentrierten Medienhäusern, wenn man so will, CA Media als eines davon, TX Group als anderes, die ja schon längstens mehr sind als einfach nur Medienhäuser, nochmal eine Konzentration der journalistischen Tätigkeit, in dem Sinn, dass sie Stellen abbauen. Das macht mir ernsthaft Sorge, du hast es angesprochen, die Recherche, auch das verpflichtet sein, nach der Waren zu suchen, das nimmt einfach ab, bis es einfach schlichtweg gar nicht möglich ist, in Zeiten, wo quasi Klicks vor allem zählen, wo der Zeitdruck enorm hoch ist und dann steigt. Und ich meinte ja, also ich versuche immer nicht so zu tönen, als Alkohol zu sagen, früher ist immer alles besser gewesen, bin nicht sicher, ob das stimmt, aber ich meinte schon auch, dass man sich der Qualität jetzt schon anmerkt, der Druck auf Journalisten und Journalisten und man muss sagen, es gibt bei fast allen Zeitungen, würde ich sagen, Leute, die das aus Überzeugung machen, welchen guten Journalismus zu liefern, das ist zumindest meine Erfahrung in Bundesbern. Aber es ist letztes oder auch vorletzte Woche ein Buch rausgekommen, vom VÖG, vom Institut für Medienforschung an der UNI Zürich, wo ja jedes Jahr die Medienqualitätsanalyse macht, die schauen, wie gut die Zeitungen etwas einordnen. Das ist zum Beispiel für mich erschreckend, die Zeitungen, die in dem Raum, in dem ich mich politisch bewege, also ja, das stimmt ja nicht, in der Schweiz weit, wo ich herkomme, im Kanton Aargau, wo der Medienkonzert zwar sehr stark ist, auch in der Innerschweiz, auch in der Osterschweiz, die Zeitung ist von der Medienqualität jetzt schlechter bewertet als die Printausgabe der Weltwoche, zum Beispiel in der Zeitung. Und das zeigt einfach schon, der Druck ist jetzt schon massiv, sie kommen gar nicht wirklich dazu, oftmals Sachen zu recherchieren. Und das bedeutet einfach auch, die Bevölkerung hat ein schlechtes Bild über das, was in Bundesbern wirklich passiert. Und das auf der anderen Seite in einer Situation, wo ja das andere Medienhaus, die Medien, und das ist ja das Perverse, beweist, man kann im Internet massiv Geld verdienen, die schüttet ja sogar noch Dividenden aus. Ja, aber weil sie ja einfach schon längstens einfach nur Journalismus machen, oder? Ich sage es mal, die TX Group, das heisst ja quasi, der Journalismus ist eine kleine Sparte davon. Die machen das Geld mit Werbungen, mit Firmen, die sie aufkaufen. Das sind riesige Konzerne geworden, die massiv Gewinne ausschüttet. Und dann aber ihrem Kernbusiness, oder ihrem ursprünglichen Business, mit dem, wo sie sich auch einen Namen gemacht hat, auch quasi ein Qualitätsmerkmal bekommen hat, dort sparen sie dann ein. Ich glaube, das ist die Zukunft, wo man um die Sehnschaft diskutieren muss. Also es ist offensichtlich das alte Modell, dass man primär über fixe Publikum einerseits und Abo-Priese und Werbung in den Printzeitungen sich finanzieren kann. Für Journalismus, das ist vorbei. Also es ist ja keine neue Erkenntnis, das wissen wir ja schon lange. Mich überrascht, wie viel Widerstand immer wieder es gibt, dass man da eine öffentliche Finanzierung einführt. Und das führt ja zum Zweiten zu der SRG, wo ja so ein ideologischer Kampf geführt wird. Und mein Verdacht, oder mehr als Verdacht, ist wirklich, dass, was die Rechten an der SRG, am SRF, wo ich mich auch regelmässig darüber aufrege, wirklich stört, ist, das ist de facto das einzige Medium, wo sie nicht durch Besitzverhältnisse, nämlich dass es reiche Rechte, Familie oder Firmen gehört, kontrollieren können, was rauskommt. Das ist ja das Krasse. Also es geht am Schluss dort um Macht. Es geht nicht darum, irgendeine objektive Mediedebatte zu führen. Einerseits das quasi, es ist ein unabhängiges Medium, also die SRG, aber eben auch einer Vielfalt verpflichtet, einem Service-Büblik-Gedanken verpflichtet. Und sie müssen in allen Regionen ausstrahlen, in allen Landessprachen, und das ist ihnen da auch am Schluss der doch demokratische Anspruch, den das unabhängige Medium hat, den sie nicht kontrollieren können. Und da ist natürlich jetzt die Initiative, die im Raum schwebt, so ein Damoklesschwert. Ich finde, das merkt man auch an der Berichterstattung, auch bei der SRG, wo zum Teil sehr stark auch von der SVP quasi dominiert wird, was die Themensetzung anbelangt. Da haben wir ja schon ein paar Mal auch darüber diskutiert. Und jetzt hat der zuständige Bundesrat, Albert Rösti, quasi das Damoklesschwert genommen. Er sitzt ja auch im Initiativkomitee, kann dort aber zwar auch nicht mehr rausgehen, das kann man offenbar nicht rechtlich sehen. Aber er hat jetzt eben ein Gegenprojekt entgegengesetzt, das die SRG zwingen wird, auch da einen Stellenabbau zu machen, Hunderte von Millionen müssen einsparen. Und das geht immer auf Kosten der Qualität und auf Kosten von einer demokratischen Informationsfreiheit. Ja, oder dann wählst du wirklich ein Modell, wie es zum Beispiel bei den USA gibt, dann gibt es in dem Sinne nicht ein öffentliches Fernsehen, aber PBS ist so mit einem ähnlichen Auftrag noch ein bisschen anders finanziert. Die machen zum Beispiel hervorragende Dokus und alles, die haben aber keine Sportübertragung, keine Kultur mit Erfolg, das schaucht einfach niemand. Das ist ja genau das, was der Servicebüblek liefern kann. Auch, jetzt fahre ich jetzt noch in der Finale, aber immerhin die Champions League, dann die Odlerveranstaltung, dann irgendwie eins gegen hundert und dann auch noch Berichterstattung. Und weil es ein Paket ist, kommt die Gesamtbevölkerung irgendwie auch zu Informationen und es hat eine Glaubwürdigkeit auf der ganzen Breite. Und mir macht das schon zunehmend auch Sorgen, wie wir in einer Zeit leben, in der von Fake News dominiert werden. Ich komme dazu, ja. Wo man eigentlich quasi gar keine Basis mehr hat, von was ist mal einfach die Realität. Und dann gibt es eine Meinungsverschiedenheit, wie man das interpretiert. Aber die Basis fehlt, wie es einfach Zeug behauptet werden nach Trumpscher Manier. Und wenn das zunimmt und man quasi kein glaubwürdiges oder genug starkes Korrektiv mehr hat, namens Medien, namens vierte Gewalt, dann ist das ein massives Problem für am Schluss die politische Themenfindung oder Lösungsfindung, weil man einfach gar keinen Raum mehr hat, wo quasi das ausdiskutiert werden kann auf einer Ebene, die vernünftig wäre. Ich glaube, das ist schon die Frage, die man sich jetzt zunehmend stellen muss. Wie kommt man aus dieser Spirale heraus? Und eigentlich ist die Antwort relativ banal. Die Antwort ist, man muss halt, glaube ich, Medien und dann über das konkrete Instrument kann man sich stritten, verstehen, als einen Teil einer Art demokratischen Infrastruktur. Wie man zum Beispiel auch Podien durchführt, wie es Parteien gibt, beispielsweise Verbände. Und das muss jemand finanzieren. Und dass es gemeinsames Interesse ist, braucht es eine Art öffentlicher Finanzierung. Jetzt ehrlicherweise nicht unbedingt für die grossen Verlagshäuser, das sind meine Sympathien bescheiden nach diesen Abbau-Orgien, die jetzt auch kommen. Millionen von Dividenden ausgeschützt haben, die die Oli anmachen. Ja, und ehrlicherweise auch, also ich meine, ein Teil, das muss man auch einfach ehrlich sagen, mich nervt auch ein bisschen die Opferhaltung von diesen Verlagshäusern. Sie haben 20 Minuten gratiszeitigen Blick am Abend damals eingeführt, Sie haben Ihres eigenen Modell torpediert, Sie haben Digitalisierung verhängt, wo Sie es immer erklären, wir müssen endlich vorwärts digitalisieren. Also das ist auch ein Versägen von dieser Verlegerbranche, aber was nicht gehen kann, ist, dass der Journalismus leidet und wir müssen Finanzierungsmodelle finden, meine ich, wo man direkt journalistische Projekte, wie zum Beispiel eine Republik, aber von mir aus auch, wie ein bürgerliches Medium kann stützen, damit du nicht im Nacken immer die Finanzierungsfrage hast, sondern wirklich das kannst machen, für was dich Demokratie braucht und das ist uns im Parlament, auf die Finger schauen, ob wir es richtig machen, oder nicht? Ich habe noch meine grossen Zweifel, dass es die nächsten vier Jahre besser werden, weil wir haben ein Medienförderungspaket gehabt, vor zwei Jahren abgelehnt worden vom Stimmvolk. Jetzt gibt es offenbar neue Anläufe in der zuständigen Kommission. Aber eher bescheiden. Einer, der auch gesagt hat, dass er keine Zeitungen mehr ist, ist eine schöne Wartung, der Bundesrat Ignacio Gassis, der zuständig ist für das nicht unwesentliche EU-Dossier, das auch letzte Woche quasi wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Ja, ob es schon Schlagzeilen sind, ist doch noch die andere Frage, aber tatsächlich zumindest mal... Die haben das sicher nicht gelesen. Nein, wie du wieder auf dem Tisch gelegen hast, das ist richtig. Also wir sind zur Erinnerung, die Schweiz hat, wenn man ganz weit zurückgekommen hat, nein, gesagt, zum Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum, seither gibt es das, was man die sogenannten bilateralen Verträge nennt, der bilaterale Weg, das heisst, die Schweiz und die EU sind inzwischen weit über 100 Abkommen, regeln Fragen, die es gibt durch den europäischen Binnenmarkt, wo die Schweiz nicht dabei ist, in bilateralen Verträge. Die sind in mehreren Etappen weiterentwickelt worden. Dann wollte man ein sogenanntes Rahmenabkommen einführen. Das ist dann gescheitert im Bundesrat, aber auch auf der Rückkehr der Öffentlichkeit, weil es verschiedene unklärte Fragen gegeben hat, die relativ weit gegangen wären. Jetzt ist die Neuaufgleisung von diesen Verhandlungen angeteigert. Der Bundesrat hat das so gemacht, dass er zuerst ein sogenanntes Sondierungsgespräch geführt hat, eineinhalb Jahre, wo niemand wirklich ganz genau oder offiziell weiss, was ist wirklich diskutiert worden. Also ein Sondierungsgespräch mit der EU. Entschuldigung, genau, auf diplomatischer Ebene. Die Frage, wo kann man Lösungen finden, zum Beispiel im Lohnschutz, in der Frage des Stromabkommens, in der Frage des Bahnverkehrs, des Gesundheitsabkommens, technischen Handelshemmnisse. Die Bereiche, wo es vor allem offene Fragen gibt oder Klärungsbedarf gibt. Ja, oder wo man meint, genau, Beihilfen, das ist die sogenannte Frage, was darf der Staat in die Wirtschaft eingreifen. Der Bundesrat hat jetzt entschieden, er findet, es gibt, man ist jetzt an einem Punkt, wo man Diskussionen offiziell führen mit der Europäischen Union, aber was er genau beschlossen hat, ist noch nicht ganz klar, er will jetzt ein sogenanntes Mandat ausarbeiten, das heisst eine Verhandlungsgrundlage. Das ist am letzten Mittwoch beschlossen worden. Und das Verhandlungsmandat, das tut er jetzt bis, was habe ich gelesen, Ende Dezember mal ausarbeiten und dann kommt es in die Vernehmlassung. Das heisst, dann können sich Parteien, Kantone oder Sozialparteien… Nur Konsultationen. Zweck, genau. Und dort stellen sich dann Fragen. Also einerseits, glaube ich, ist es unbestritten und ehrlicherweise ist es manchmal überraschend, dass man das überhaupt wieder diskutieren muss, aber mit den neuen Mehrheitsverhältnissen wird man das noch öfters müssen, dass die Schweiz eine Überraschung in der Mitte von Europa ist und damit Beziehungen braucht mit der Europäischen Union, wenn es geht, gute. Und das meinen wir auch. Gleichzeitig muss man sagen, ist, dass der Bundesrat bis jetzt vorgeschlagen hat, offen gestanden im Fall sehr enttäuschend. Also wirklich schlecht. Es gibt keine Klärung in der Frage, gibt es eine Gesicherung vom Lohnschutz und vom Service Publikum, das heisst im Bereich vom Strom, staatlich nach wie vor einen kontrollierten Bereich und die SBB, die geschützt ist. Und es ist völlig klar, wenn man ein Abkommen mit der Europäischen Union macht, wo den Lohn und die Arbeitsbedingungen in Frage gestellt sind, dann wiederholen wir das Spiel, das wir in den letzten Jahren gemacht haben, wird das chancenlos sein. Und ich finde es ein bisschen bemühend, dass der Bundesrat da nicht vorwärtsgemacht hat. Einerseits das und dass er mich auch immer ein bisschen irritiert ist, das eine ist ja das Verhandlungsmandat oder die Verhandlungen mit der EU. Überall die Bereiche, die du jetzt vorne aufzählt hast. Und das andere ist ja dann, was ist die Schweizer Umsetzung davon? Also wenn man sich jetzt mit der EU punkto Lohnschutz oder Personenfreizügigkeit einiget, dann ist es ja mit dem noch nicht da, sondern es braucht eine Schweizer Umsetzung. Genau das Gleiche mit einem Stromabkommen oder mit einem Abkommen über den Personenverkehr. Dann braucht es ja immer für das quasi auch, wie wird denn das in der Schweiz umgesetzt? Und damit man in der Schweiz darüber diskutieren kann, was man für eine Position hat, dieser Verhandlung gegenüber, muss man ja zeitgleich wissen, wie die Schweizer Umsetzung wäre. Aber in dieser Frage höre ich sehr, sehr wenig vom Kassis. Also im Gegenteil. Ja, das ist nicht schlecht zu formulieren. Es ist sogar so, dass die Gewerkschaften letzte Woche dann mit einer Pressekonferenz, die viele verärgert hat, raus sind und gesagt haben, hey, Achtung, wir haben keine Lösung. Und das stimmt. Die Arbeitgeber blockieren jegliche Entwicklung vom Lohnschutz, die übrigens absurderweise die Europäische Union inzwischen eingesehen hat. Es gibt zum Beispiel eine europäische Mindestlohnrichtlinie. Die europäischen Länder haben sich verpflichtet, 80% von den Lohnverhandlungen unter GAV-Bedingungen, würde man in der Schweiz sagen, also Tarifverträge durchzuführen. Es ist klar, der gemeinsame Binnenmarkt braucht mehr Lohnschutz. Und in der Schweiz kommt man nicht vorwärts. Die Arbeitgeber mauren. Und der Bundesrat, der zuständige Bundesrat, neben ihm übrigens der Guy Parmelin, ist entweder nicht willens oder nicht erlag, die Diskussionen ernsthaft zu führen. Und es ist, wie du sagst, wenn du in der Schweiz dir nicht einig bist, was wir machen, weiss ich gar nicht, was aus dem Departement in Brüssel diskutieren will. Was sollten die sagen? Wir schauen mal. Ja, genau. Das wird entsprechend die Folge sein. Was mich auch sehr irritiert hat, ist, ich glaube, am Sonntag hat Albert Rösti ein Interview gegeben. Er ist ja quasi als Umweltminister zuständig für das Stromabkommen oder für den Bereich, wo er noch zum wiederholten Mal, jetzt nicht zum ersten Mal, aber zum wiederholten Mal gesagt hat, das Stromabkommen mit der EU, das quasi ein Kernelement ist von aktuellen Verhandlungen, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Er torpediert mit dem eigentlich, wenn ich das richtig gelesen habe, die Arbeit von seinem FDP-Kollegen. Und das ist mir völlig schleierhaft. Das eine ist, ist es inhaltlich, das kann ich noch nachvollziehen, er kommt zum anderen Schluss, er sagt, es braucht technische Lösungen, da geht es vor allem um Stromplattformen, aber für das braucht man eigentlich kein Abkommen, im Notfall kann man das sogar allein machen. Vielleicht muss man ganz schnell an dem Punkt erklären, dass das Stromabkommen oder die Liberalisierung, die quasi mit dem verlangt werden würde, bedeutet, dass aktuell ist es so, dass die grosse Firmen frei sind, mit welchem Stromproduzent sie strombeziehend. Genau. Perifatpersonen und kleine Firmen in der Schweiz können das nicht. Die sind quasi angegliedert in ein Werk von ihrer Gemeinde oder von ihrer Stadt, also in der Grundversorgung. Und die Liberalisierung vom Strommarkt würde bedeuten, dass auch Privatkundinnen und Kunden und kleine Firmen quasi die Freiheit hätten. Es kommt auch in welchem Modell, genau. Und die grosse, die Erfahrung von den letzten Jahren war einfach, dass das im Krisenfall in den letzten Monaten extrem gefährlich ist und dass du als Politik die Steuerfähigkeit vom Strommarkt verlierst. Und darum ist die Skepsis sehr, sehr gross, muss ich sagen, auch bei uns gegenüber der Liberalisierung. Und wichtig ist, zwei Sachen zu verstehen. Die Schweiz braucht eine technische Lösung mit der Europäischen Union, weil der Strom durch die Schweiz durchfliessen kann. Klar, man muss Import und Export haben, braucht aber auch die umliegenden Länder. Aber das hat an und für sich nichts mit der Liberalisierung zu tun. Für das braucht die Liberalisierung nicht. Das ist ein politischer Wunsch von gewissen Kräften im Inland und auch von Brüssel. Und der Öschi sagt jetzt, und das ist relativ überraschend, wir können das machen ohne das Abkommen, also im Notfall sogar ohne technisches Abkommen. und das, was die Europäische Union befürchtet, wird so nicht ein Getretenausschluss von der Schweiz aus dem System. Nachdem drei Tage vorher der Bundesrat gesagt hat, man will eigentlich zur Liberalisierung von dem Strommarkt ein Mandat untereinander erarbeiten. Das ist das, was du sagst. Ich bin nicht klar, mir ist nicht klar, wer da Spiele spielt. Entweder reden die nicht miteinander, FDP und SVP, oder zumindest in dem Dossier nicht. Zumindest in dem Dossier. Oder der eine hört dem anderen nicht zu, oder der Öster boykottiert relativ offen die Politik vom Bundesrat. Nicht, dass er das nicht diskutieren könnte, aber es ist eine komische Kommunikation. Es ist eine komische Kommunikation und was mir in dieser ganzen Kommunikation um die EU-Verhandlung manchmal auch fehlt, ist, so wie einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, warum braucht es das überhaupt? Und das braucht es. Es braucht quasi eine Weiterführung vom bilateralen Weg aus mannigfacher Gründen. Du hast es vorhin genannt, die Schweiz ist im Herzen von Europa, geografisch, aber eben nicht nur geografisch, auch wirtschaftlich gesehen. So viele von unserer Wirtschaft hängen von der Beziehung mit der EU ab. Gesellschaftlich gesehen sind wir im Herzen von Europa. Und da werden wir quasi am Schluss versucht, die SVP das Gegenteil zu machen, auf Isolation zu setzen und aus der Schweiz ein bisschen Singapur von Europa zu machen mit ganz tiefen Steuern. Regeln, die für die Schweiz nicht gelten, aber für das Umland schon und man von dem schmarotzen kann und frosten vor allen anderen. Unser Konzept ist einfach 180 Grad in die andere Richtung und darum braucht es das Abkommen. Verhandlungen zumindest als ersten Schritt. Völlig richtig. und das ist eine weitere Enttäuschung und vielleicht ein bisschen ein Grundsatzproblem, das Ausserdepartement, offenbar zuständige Bundesrat und Gassis hat nach dem Schock der letzten Jahre ein kleines Mandat vorbereitet oder zumindest in Sondierungsgespräche geführt auf Themen, die am Schluss genau das, was Europa stärker und grösser machen würde und die Schweiz politisch nahebringen ist. Es geht nicht um Klima, Umweltverantwortung, Konzernverantwortung, also alles, was relevant wäre für die nächsten Jahrzehnte, die grossen Fragen, ist nicht drin, sondern am Ende geht es um relativ kleine Fragen, relativ einseitige Interessen von gewissen Industrien, die alle legitim sind, aber die wirklich um das, was eigentlich die Schweiz etwas beitragen müsste, zu einem sozialen und ökologischen Europa, da ist nichts drin. Da will man weiterhin Rosinen picken, weiterhin nicht dabei sein und das ist eigentlich die grosse verpasste Chance. Aber Rosinen picken ist eine gute Überleitung. Aber Rosinen picken oder eben auch ein Bereich, der die Schweiz aktuell eher auf der schmerzen Seite ist, ist die Steuerpolitik. Und da haben sie in den letzten Monaten, Jahren eigentlich weltweit Bewegung stattgefunden, hier zu einer Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung, der Gewinnsteuerung von grossen internationalen Konzernen. Und dem kann sich auch die Schweiz nicht mehr abwenden und sagen, uns geht das nicht an. Sondern wir machen mit. Und da hatten wir letzten Sommer eine Abstimmung über die OECD-Reform, die sagt, es gibt eine Mindestbesteuerung für grosse Firmen von 15%. Wir sind damals dagegen gewesen, nicht wegen dem Punkt, da haben wir immer befürwortet, das ist seit Jahren unser Engagement für eine internationale Steuerpolitik, aber wir bekämpften die Umsetzung bekämpft, dass die Mehreinnahme, die die Reform bringt, die soll nicht zurückfließe in Konzernzentralen, sondern zu den Menschen. Die Reform wurde noch relativ deutlich angenommen und jetzt spucken die, die das damals befürworteten, plötzlich andere Töne. Ich finde es unglaublich dreist, was jetzt passiert. Es war in der Kommission schon sehr und im Parlament eine spezielle Situation, wenn wir gesagt haben, pass auf, wir sind zwar für die Reform, aber jetzt ist einfach schnell, schnell etwas, wo wir quer in der Landschaft stehen und es ist klar, warum die Bürgerlichen das wollten. Du hast es erwähnt, sie haben das Paket so gemacht, das Grossteil auf diesen Geldern kann in anderer Art und Weise wieder ausgeschüttet werden, was zurückkommt in die Konzernzentralen. Man wollte nicht das sofort haben, etc. Keine Zeit für den Plan B, hat es geheißen. keine Zeit für den Plan B und wenn, wenn wir uns ein paar Jahre anschauen und jetzt sagen sie, ups, wir merken, es wird gar nicht so schnell umgesetzt in anderen Ländern, was wir schon gewusst haben, vor einem halben Jahr, das sind genau die Zahlen und wir möchten gerne noch warten, dass der Bundesrat das entsprechend nicht macht, die Umsetzung. Also die Kraftsetzung wird jetzt nicht Steuerreform nicht auf den ersten Januar 2024 erfolgt, sondern verschoben wird auf irgendwann in der Zukunft, wenn auch in allen anderen Ländern, namentlich USA, Singapore und so weiter, die Reform auch dann vielleicht mal gesetzt wird. Und das widerspricht schon der Kommunikation, die sie vor dem Abstimmungstermin brachten, nämlich zu sagen, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dass sie jetzt abgelehnt wird, denn wenn sie jetzt wieder abgelehnt werden, dann wären wir wieder zurück auf Feld eins und andere Länder schon umgesetzt und wir zu spät werden. Es ist klar, man hat jetzt quasi die kantonalen Steuerreformen aufgelistet, die waren wichtig, aber die nationale, mit der wir jetzt zuwarten, übrigens zum letzten Dossier zurück, wenn man schon sagen will, man will keine weitere Konfliktfelder mit der Europäischen Union auftunen, da ist die Europäische Union Vorreiterin, zum Beispiel. wird umsetzen? Auch nicht ganz so schnell, wie erwartet, aber die wird am ehesten als einheitlichen Wirtschaftsraum weitgehend umsetzen. Wenn man etwas machen möchte, dann müssen wir das jetzt machen. Wenn wenigstens die Wirtschaftsverbände sagen, man muss die Umsetzungsgesetzgebung nochmal anschauen, dann von mir aus. Aber es ist einfach ultra dreist und verlogen, dass ausgerechnet diejenigen, die jetzt merken, jeden Monat, als man einen Franken weniger Steuern zahlen kann, versucht man, rauszuschinden und uns vorgeworfen hätte, vor einem halben Jahr, wir würden quasi die Existenz der Schweizer Wirtschaft gewährt, wenn wir sagen, vielleicht könnte man es ja sauber machen, statt so schluderig schnell, schnell. Das finde ich schon recht hart. Wir sind aber zum Glück noch nicht so weit, dass die Wirtschaftsverbände entscheiden können, wenn etwas in Kraft tritt oder umgesetzt wird, aber die zuständige Bundesrätin, Finanzministerin Karin Keller-Sutter, hat zumindest schon mal gesagt, wir werden das natürlich jetzt mal in den nächsten Tagen oder Wochen anschauen, auf wen die Umsetzung kommt. Mal schauen, aber ehrlich gesagt, finde ich, hat sie schon mit einem halben Satz fast gesagt, wir schauen dann schon, dass es der Wirtschaft entgegenkommt. Das Absurde ist ja, sie haben ja immer argumentiert, auch mit der Rechtssicherheit, die Unternehmen müssen sie jetzt wissen. Und jetzt heisst es plötzlich so, wenn in der Schweiz den Mindeststeuersatz noch nicht gilt und es dann andere Länder gibt, zum Beispiel andere Länder in Europa, den Steuersatz dann schon haben, dann werden die in den anderen Ländern Zusatz besteuert. Richtig. Also Schweizer Firmen quasi, die dort wirtschaften. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, das ist vernachlässigbar. Im Abstimmungskampf heisst, das ist absolutes No-Go, darf nicht passieren, Rechtsunsicherheit. Auf den Plakaten. Genau, im Gegenteil. Damit das Steuergeld in der Schweiz bleibt, aber das ist auf den Plakaten gestanden, wo wir gesagt haben, ja gut, wenn jetzt ein paar Monate lang das Deutschland besteuert hat, ist es nicht so tragisch. und übrigens, wenn man dort schon gewusst hat, real die erste Abrechnung kommt, frühestens 26, bis man die Systeme, man muss das ganze Buchhaltungssystem umstellen, es geht nicht so schnell. Ich finde einfach, es zeigt, am Schluss, wir wollen die Reform und die wird dann am Schluss kommen, jetzt ein paar Monate später oder nicht, glaube ich schon. Es zeigt einfach, stell mir vor, der Bundesrat würde so schnell auf Ängste aus der Bevölkerung reagieren, wenn es zum Beispiel um Miete- und Krankenkassenpräme ging. dort ist es immer ein riesen Drama, man kann nicht schnell Sachen machen, das kann man jetzt offenbar zuerst mal schnell einführen, aber auch schnell wieder warten, wenn es nicht muss sein, aber bei den Leuten, wenn es dann um das geht, dann offenbar nicht. Das ist das eigentlich Empöre daran, dieser Geschichte. Wir werden es sehen und werden sicher auch nochmal darüber reden, wenn es dann feststeht. Kommen wir noch zu der Frage. Zu der Frage? Willst du anfangen, oder ich anfangen? Ich fange an. Ein Kommentar zu den Ständeratswahlen in den verschiedenen Kantonen vom letzten Sonntag. Mich freut es natürlich sehr, dass wir in Genf mit dem Korlu zum Rugen den Sitz halten konnten. Gleichzeitig bedurre ich es extrem, dass die grüne Ständerratin Lisa Mason abgewählt worden ist und Genf jetzt noch von einem Rechtspopulisten vertreten wird. Und in Friburg hat man fast die Sensation geschafft, 900 Stimmen haben gefehlt. Sind die Demoverbote aktuell gerechtfertigt? Die Bundesverfassung halte in Artikel 16 und 22 Meinungs- und Versammlungsfreiheit fest und meines Erachtens ist die Hauptaufgabe der Behörde, das zu garantieren, generelle Demoverbote ohne konkrete Anhaltspunkte zu Gewalt kommen können sicher zu weit. Was war der grösste Fehler des S. bei der letzten Legislatur? Puh, schwierige Frage. Ich glaube, der Mitstände hat vertraut, dass sie das Kaufkraftpaket für mehr Prämientlastung und den Tührungsausgleich auf die AHV ernst nehmen und mit tragen mit uns. Sie haben uns in den letzten Minuten quasi im Stich Wie behaltest du die Hoffnung trotz rechter Mehrheit und vielfältiger Krise? Diese Frage ist durchaus berechtigt. Aber ich glaube, die Politik findet zum Glück nicht nur in Bundesbern statt. Das wäre ermutigend, sondern meine Kraft kommt eigentlich aus den Gewerkschaftsbewegungen, aus der feministischen Bewegung, aus dem Klimastreik, der uns immer wieder zeigt, dass hunderttausende Menschen hinter unseren Ideen stehen. Und das gibt Kraft. Warum ist die ESP stark bei jungen Wählerinnen und Wählern? Ja, das freut mich sehr, dass wir stark sind bei jungen Wählerinnen und Wählern. Unsere Themen Prämientlastung, bezahlbaren Wohnraum, aber auch einen bezahlbaren Kitaplatz und unseren Kampf für mehr Gleichstellung und Klimaschutz spricht sie ganz aufsichtlich an. Willst du oder soll der Wolf zum Abschuss fragen werden? Ich glaube, da sieht man, was es eben bedeutet, wer einem bestimmten Departement vorstellt und wie tragisch ist, dass die Wahl von Albert Rösti in den nächsten Jahren es gibt einen klaren Volksentscheid, der das nicht will. Er hat jetzt auf dem Verordnungsweg ohne so viel zu machen, dann entscheidet er offen und das geht so nicht. So, wieder spannende und vielfältige Fragen. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn auch ihr Fragen oder Kommentare habt, wie immer an meyerwermuth.sbschweiz.ch oder in Kommentarspalten. Danke vielmals. Wissen Podcast kann man abonnieren, egal ob ihr ihn hört oder schaut. Macht euch das jetzt und dann hören wir uns nächste Woche wieder.